Geht weg, ich springe! Was? Und damit herzlich willkommen zu einer Runde von TTT Mit den üblichen Verdächtigen Nämlich Ataboum Ataboum Aesthetic Hallo meine Freunde, wie gehts euch so? Ich bin nicht Traitor Okay, super Fizzy Hi Sascha Hi, Entschuldigung, hier liegt ne Leiche Und die Tür geht nicht mehr auf Der Detective Stevie Aus dem Jenseits ein Hai Nämlich Nämlich Und Atomix Hey Und meine Wenigkeit, der Erzzy und die Map ist damit freigegeben Entschuldigung, dass ich reinrede Alles geil Ah, ist Traitor, ich hab Traitor getötet Und wir spielen die Map Castle 2011 Version 3 Night Das war geil Das hat auch jetzt jeder mitgeschickt, Atta Meinst du Schauer schon? Das stimmt Das war schön Hallo Aesthetic Hallo Aesthetic Ja, ich will da vorbei Okay So, jetzt kanns noch losgehen Wer ist denn da vorgestorben eigentlich? Wer hat denn da tot drin? Weiß nicht Also du lebst noch? Wow Aesthetic, was hast du gerade in der Ecke gemacht? Dum 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 Aesthetic Hi Ich bin, kanns ja nicht gewesen sein Bin doch schon safe Oh ne, hier ist doch im Ballenzimmer, da geh ich nicht rein Schon beim letzten in die Hose gegangen Oh Hör zu Nein Aua Ich bin irgendwo runtergefallen Nicht schlimm Ist der jetzt echt hier über die Reling? Ne, ich hab ihn Wer ist überhaupt noch da? Ja Vier Leute nur noch Okay Vier Leute ist hart Hör zu einfach dreist an dir vorbei, keine Reaktion Ich konnte nix machen, weil ich direkt in der Anmodi durch ne Falle verreckt bin Ja Na schau auf Ich bin in der Falle gespawnt Mann Weißt du bist in der Falle gespawnt? Was? Ich bin in diesem komischen Badezimmer gespawnt, wo man direkt stirbt, wenn man da reingehnt Ja, ich hab auf den Gulli geschossen und hab rumgemacht Ey, da bin ich mal Traitor und die Hälfte der Leute stirbt einfach an eigener Dummheit Wieso? Was kann ich denn dafür? Ich wollte Aesthetic confirm Hi Sascha Ey, das war auch gut Ich hab mich nicht damit draufgekommen Aber diese Fallaktion, nur Sachen, die nerven Doch, schau besser Nö Zumindest wenn man die nicht irgendwie aktivieren kann als Traitor Dann gehts Ja, das ist halt blöd, wenn wir da einfach reinlaufen Vor allem, wenn man die Map nicht kennt und die Fallen nicht weiß Dann läuft man sofort irgendwo in einen Raum Ich trau mich schon eigentlich gar nicht mehr irgendwo reinzulaufen Es gibt nichts Geh mal hier Da kannst du reingehen Geh einfach nicht dahin Hier rein Guck mal Aesthetic ist da reingelaufen Mann ist der dumm Ja, und da ist er tot In der Falle Lebt er noch? Er ist tot Aesthetic Der Gang musst du mal reingehen, Dete Hier gehts in den Keller Nice Warum möchtest du, dass der Dete sich umbringt? Okay, also ähm Da ist Blut Nemesis Atta und Nemesis sind verdächtig Da mach ich verdächtig Da mach ich verdächtig Weil die Leiche keiner Ja, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll Ja, gib mir eh nicht Ja, ich war aber nicht mal da Ich weiß nicht mal welche Wo War das nicht der Bereich, wo ich äh Ich kanns ja gerne testen Ähm Ja Mattis hab da reingeschossen Sag ich dir doch Riff Stevie Ich habe äh, Mattis gemacht Noll Steve ist tot Wer lebt noch Ja, Hammer Also äh, ich bin kein Gegner mehr Drei live Fünf live Ne Oh, das ist Silent Fox Nice Dann bist du Serzi Ich bin's nicht Ja, mach ihn weg Wir sind noch zu dritt Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich camp oben Mit wem kämpfst du? Ich campe Ich campe Jawoll Ich hab Schüss Diese dämlichen Leitern Ich mach ihn das jetzt Shira spricht Ich mach ihn das jetzt Oh Gott, oh Gott Shira spricht über uns, hört ihr es nicht? Wieso soll das denn jetzt gehen? Sie hat uns doch die Stimme dafür gegeben Jo, nötig ist das denn? Geh, geh, jetzt bin ich alleine Nee Ich hab gehört, wie jemand gestorben ist Das war ich Ich bin gestorben Achso, ah ok Dann komm und hol mich Oh Gott, erstmal Im real life recken hier Hm So, jetzt aber Der ist nicht mehr runtergefallen Oder du machst Du machst doch wieder Randalli hier Was soll das? Nein, nein Wo bist du? Den Atta confirm Wo ist der jetzt draufgegangen? Ist die große Frage Ei komm, jetzt süffelt doch nix Ja, ich hab nur 15 HP Weil ich hier runtergefallen muss Ich muss mich jetzt heilen Ja, 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 ja Noob Ja, ich hab mich geheilt So, geht los Ja, ok, komm ran Ich will jetzt noch nen schönen Kill hier machen Ja, dann mach mal Doch nee Nicht das Ja, du hast gewonnen GG Alles klar Nice, easy Voll easy Alles klar Alles klar Anders Spy vs Spy, ey Guck mal hier wachst du sogar ein Mad Kid Das hätte ich doch nehmen können Warum hab ich ja gesagt Die Schüler spricht mit uns Also bei Sascha war die Der langen Defi Der langen Defi Auf der Treppe Und da saß er auch gerade dreimal dran vorbeigelaufen Der hat aber keinen Platz Der Hund schmeißt irgendwas anderes auf den Boden Boah, was ist das für eine Ping, ey Was bringt Alter 940er Ping Ja sicher Easy Das ist ja fast so schlimm wie ich Wenn ich muss werde, ey Was zum Fick Ja, Leute Da ist der Schlüssel Wie soll ich hier rauskommen Ey, was ist da los? Was ist denn mal hier los, Alter? Was gibt's denn hier schönes? Schau, geh weg Ja, ja Ey, ich hab keine Ahnung was da bei mir los ist Ne, hier hat mich bei Chris wieder belebt Ich hab gerade richtig mit Ja Ja Zwischendurch ist das, äh Zwischendurch ist das bei mir, da hab ich kurze Längst Wo? Erzie? Das ist dieser Raum, ist ja Auf der besseren Internet Ja, oder geh in die nächste Zohan und auf den Hamster Ich bin ja, ich bin ja hier auf die zweite Ich bin ja, ich bin ja hier auf die zweite Wer hat da gerade geschossen? Ich hab Fässer kaputt geschossen, äh, Kisten kaputt geschossen Mit der M16, ja? Ja LOL Ich komm die Treppe hier hoch und irgendjemand schmeißt eine Granate runter Is Clouch Du musst das Disco, Pogo, Dingalingaling Oh Dingalingaling Hallo Atta Ich mein, war ja nur ne Disco Hast du gerade gesoffen, Atta? Wer macht das denn? Stevie Ich hab das Auto schon getrunken, also heul nicht drauf Ob ich von hier an die Leiter springe? Ja Was hast du gerade gefragt? Ne Ob du getrunken hast? Nein Ja, Realize, ja Was machst du da? Hey Atta, schießt auf mich, Atta schießt auf mich Ich versuch zu leben Sagst du mal wo der ist? Guckst du mal meine Finger Unten im Keller ist tot Unten im Keller ist tot Unten im Keller ist tot Dann ruf mal Dete Dete ist unterwegs Habe ihn gedötet Sivi hat nichts Meine Ping war gerade kurz und fast unter 1000 Ja, ja, ja Ich lass euch mal alleine hier bei den Schnuckis Ich schenke ich dir ne Disco Ich kenne nur den Schleichweg nach unten Ach so Die ist jetzt nicht Ich hab ne rösen Finger. Bum 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 Wtf. Okay. Läuft bei dir. In dunkle Räume geh ich nicht. Ne hier ist ein Schafott. Oh hier ist jemand umgekommen. Ja probier, geht überstudieren. Oh. Yes. Okay. Ah guck mal Sascha. Sascha warum bist du so wundet? Weil ich den Atta getrunken habe. Ha ich hab ihn abgeschüttelt. Okay. Ja. War Atta Traitor? Ja. Ja. Ja, ja. Hatte ich nicht mitgekriegt. Fizzy, magst du mich heilen? Erzi? Hast du die Rissen auf mich geschmissen? Ich habe Atta getötet. Er hat doch Atta getötet. Ja, ich weiß. Ich wollte ihn grad meldern. Atro hier. Warte. Ja, ich versuch den... Oh, Atro ist es, Atro ist es. Er hat maybe auf uns geschossen. Wo ist er denn? Mit rechten Maustassen muss er laufen. Oh, Fizzy? Alles klar. Ah, Mann! Was soll man denn da machen? Ich hab Atta nicht gefunden. Ich wollte ihn eigentlich irgendwie... Beim Treffen. Ich hab Sascha einfach nicht mehr töten können, weil er keine Muni. Ja, ich hab dich gesucht. Ich wollte dich eigentlich wiederbeleben. Ich hatte nämlich einen Defi gekauft. Aber hattest du getrunken, Atta? Ja, ja, einen PhD-Flopper. Ah, hatte ich doch richtig gehört, okay. Könnt ihr jetzt vielleicht... Weißt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort in der tiefsten Ecke auf jemanden trifft? Hallo, Erz. Ich bin tot. Ich hatte die Map jetzt schon. Hast du schon... Oh, du hast keinen Damage. Ich dachte gerade. Oh, Gott, nur der Dieter. Ich hab richtig viel gemacht letzte Runde. Ich hätte gern... Ja, mach Platz. Komm mal, ich bin nicht letzter. Hier ne Waffe? Hier ist keine Waffe. Ist hier ne Waffe? Keine Waffe. Verdammt! Was für ne Waffe suchst du denn? Ja, irgendeine Waffe. Ich hab ne Scheiß Remington. Wo bist du denn? Besser als Doppel. Hier oben ist ne Waffe. Wo ist hier oben? Aua, wir hätten ein Disco da gewufen. Disco! Disco! Vogel! Denke, denke, denke! Nee, nee, nee. Ich truste dir jetzt einfach mal. Setting is straight up. Da wirst du mir deine zu. Weil ich meine Schotze wieder wollte. Ich wollte die runterwerfen. Du hast doch schon ne Waffe in der Hand. Hä? Wie? Wenn er langstehen kann er auf dem Weg ne Homa aufkommen. Was hast du für ne Granatze da reingerufen? Nein! Geweckt! Komm mal hier hin. Fuck. Warum? Oh, stell dich doch nicht davor, Mann. Ich bring dich nicht um. Du läufst die ganze Zeit genau hin. Keine Chance, Alter. Du hast dich böse gemeint, aber... Och, Manu. Keine Chance, Herzi. Hätt ich schon lange gemacht. Mach meine Punkte hier kaputt. Warum ist diese Tür eigentlich abgeschlossen? Damit du fragen kannst. Was ist denn die Silent Fox? Geh weg damit. Das will ich nicht haben. Noll! Noll! Was? Du schieser rede schon wieder mit uns. Du schieser rede schon wieder mit uns. Naja, du kannst an die Leiter springen. Welche Leiter? Wo ist ne Leiter? Nein! Warte! Warte! Ich mach doch gar nichts! Ich mach doch gar nichts! Jetzt können wir, wenn du möchtest. Ich wollte nur fragen, was du für Stirngeräusche machst. Ne eigentlich nicht, ey! Ist doch bei jedem normal. So seine Frauenstöhngeräusche. Pass auf! Hallo! Sascha! Oh ne bessere Waffe! Jalla jalla! Ne ne bessere Waffe! Ey hier ist ne Silence Waffe! Ja ich weiß, die ist aber doof. Silence! I kill you! Ne warte, das ist dieses Bordezimmer ne? Da geh ich nicht rein. Sascha sagst du wir stehen alles zu nah aufeinander. Was? Hier schon weg. Ist hier ne Falle? Weiß ich nicht. Das sieht so aus, als wenn man mich nicht aufmachen könnte. Ja hier kann irgendwas runtergehen, das stimmt. Aber es kann auch ein Traitor Ding sein. Ich war hier noch nicht. Traitor Ding? Ja, der schon wieder. Also es gibt ja keine Traitor Frage. Glaub ich Gefäße wiederbeleben, das tut mir alles total leid. Ich hab mir einen Melan Launcher vom Traitor eingesammelt sich gerade. Ich finde es aber, dass du erwähnt hast, vom Traitor eingesammelt. Hallo! Als wenn du das eine Diäte kaufen könntest. Okay. Was hängst du denn die ganze Zeit bei... Du bist ja auch sozial. Boah was soll das denn? Nicht! Geh weg! Ich hab's gehört! Fuck! Wer ist das denn? Bruh. Hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Der Englisch steht Dings! Sache! Nein! Ach scheiße! Warum kommst du überhaupt auf die Idee, Fizzys wiederzubeleben? Gerade da, wo ich ein Nemesis wegschrauben möchte. Um ihn wiederzubeleben. Hab ich doch gar nicht gesehen. Ja. Dachte ich mir so, ich komm gerade den D4 und dann so... Oh ne, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, aber warum will ich einen Innocent wiederbeleben? Wo ist das denn? Du kannst ja auch einen normalen Traitor damit wiederbeleben. Eben! Bist du einen unnormalen Traitor? Ja, aber mach doch keinen Sinn. Wenn ich einen Traitor-Defi hab, dann kann ich doch sowieso alles. Mit einem Traitor-Defi belebst du einen aber nur mit 50 HP wieder. Und da steht... Ja! Dazu steht das auch im Chat. Ja, den Unterschied muss man ja wissen. Was hast du da gemacht, Divi? Lol, ich wurde runtergeschubst. Von wem denn? In dieses Wendeteil, ich hab keine Ahnung. Was machst du da? Ich bin tot. In 3, 2, ja. Da ist jemand gestorben, ja. What the fuck? Ja. Ich hab da nur... Ich bin erstmal Inspector, random. Sascha? Warum stehst du denn hier so rum? Weiß ich nicht. Du bist Zweiter, Sascha. Sollen wir zusammen rumlaufen? Und, ich bin Zweiter. Divi, was wirst du mir da immer eine Granate hinterher? Sollst du den Headshot drücken? Hahahaha. Deswegen sind wir jetzt zusammen rumlaufen. Damit du das bei keinem anderen machst. Hahahaha. Ich wollte eigentlich doch nur krudeln. Ich wollte eigentlich doch nur krudeln. Ich will doch nur spielen. Ey, da oben steht jemand an der Leiter. Wir, wir, wir. Irgendwer. Aua! Sascha geht weg. Sascha geht weg. Sascha geht weg. Ich stehe bei Stevie nicht bei dir. Alter. Dein Ernst. Sehe ich aus wie ein Sascha. Ja. Weiter, weiter, weiter nach oben. Ich will hier auf die Etage. Ja, geh weg. Drei. So. Ich hab gedacht, ich mach's mal fair. Oh. Oh. Was ist das? Was war das? Er hat sie wegschießen. Oh, ne. Ja, ich bin weg. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Komm in die Leiche jetzt. Geh weg, ich springe. Was? Warum? Hast du Antoine? Ich hab... Wow. Was war das? Er sagt wohl nicht umsonst, wie geht weg. Ich springe. Richtig. Irgendwann ist einer richtig analisch. 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 Ich hab ne Leiche. Und ich sage es nur, weil er das Wort analen vorkommt. Die haben. So erstmal ernst. Die ist nicht schön genug. Mal gucken, ob der ne ordentliche Waffe hatte. Die ist nicht schön genug. Komm ich denn hier nochmal weiter runter? Soll ich dir ne schönere suchen? Ja, Sascha. Was? Sascha, äh, der Dete möchte dich als Leiche haben. Ich hab kein Messer. Ich hab kein Messer. Dann hat er noch mehr Öffnungen, wo man rein schlitzen kann. Was? Soll ich ein Messer... Alter, was ist kaputt bei dir? Ich glaub, da kann man nicht hin. Nein! Ästhetik. Geh weg von mir. Für die Olle! Hallo, ich truste ich dir. Ja, es gibt aber noch zwei Traitor, du. Warum truste ich das überhaupt nicht? Äh! Was zur Hölle geht hier denn vor? Ich hör nur Schüsse, weil ich übel bin. Ich habe Schaden gekriegt. Von woher bitte? Von mir nicht. Ja, Schaden. Wer war das? Ein Wasser. Aber wer sieht mich noch? Gotte Fresse, du! Oder Ästhetik? Ästhetik? Warum folgst du mir? Ich hasse meine... Weil du hast nur Punkte. Was? Du bist Dritter. Potenzielle Bedrohung ausschalten. Hi, Acker. Hallo. Wie viele Punkte kriegt man abgezogen, wenn man Innozenten tötet? Acht. Sechs oder sieben. Jetzt echt acht? Okay, acht. Ne Menge auf jeden Fall. Hm. Ich verschenke mich und geh jetzt baden. Ich glaub, es ist Tätik ist Traitor. Ne, ne. Wohl, hier war ich noch nicht. Jetzt ist wieder eine Falle drin. Verdammt! Geh weg von mir. Also nicht du, Tret... Äh... Ist das true? Ja, ja. Hier, wenn immer dein, äh... Irgendwas, um mich zu detecten. Golden Diesel oder so. Warum sollte ich? Nur damit du mit ihm alleine im 1v1 bist, ey. Oder benutzt bei Sascha. Dann ist safe. Warte. Ich schnall dich aber so ab. Ah, wer hat da eine Insel hingeworfen? Spotlight of Esthetic? Ne, das ist ne huge. Was möchtest du spotlighten? Da oben wird rumgeschossen. Das war ich. Was? Echt? Ja, hat auf mich geschossen. Nein, ist gut. Was ist das? Sascha? Ja, hab ich jetzt dringende Bedürfnisse, Esthetic jetzt abzuknallen. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ja, dann Sascha dann bitte auf weg, damit er nicht erster wird. Der darf mich dann abmachen. Dibi mit einer Double Barrel. Geh weg von mir. Die ganze Zeit ruhig, muss ich sagen. Das macht der Dibi. Ist Dibi, warum bist du verletzt? Ich hab auch gesagt, dass ich Schaden bekommen habe. Ich hab dir nicht zugehört. Static, du bist mir so verdächtig. Ja, wir auch. Ihr müsst mal analysieren, wie ich hier... Fizzy ist es. Hab sie. Was soll ich denn machen? Ihr klickt schon wieder laufen. Sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Map ist definitiv beschissen. Ich lauf Stevie hinterher, will ihn anschießen, machen eine Bewegung nach links und werde diese komische Tunnel da gezogen. Verdammt. Dann bleibe ich da dran hängen, Stevie läuft zurück, dann kann ich ihn nochmal anschießen. Was ist? Er verrückt trotzdem nicht da dran. Also die Map ist echt bescheiden. Tröste nicht. Ernst, sie macht jetzt hier ab, Modi. Da gibt es echt schönere Maps, muss ich auch zustimmen. Was, jetzt ab, Modi? Jetzt schon? Jetzt schon? Bin ich gut? Bin ich scheiße. Wir danken uns fürs Zuschauen. Es hat gewonnen, der gute Sascha. Ich bin schon Traitor. Vor Aesthetik. Jetzt bin ich Traitor. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die Links zu den anderen Kanälen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.